Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen News Video über den Draro Server von Minecraft. Ja, wir haben sehr lange jetzt immer wieder Mods ausprobiert, die funktionieren sie am besten zusammen. Wir haben Modgenerd ausprobiert, welcher spawnt am besten Erze und die Ome überlastet den Server nicht und so weiter. Es ging sehr lange, bis wir einen gefunden haben und ja, wir haben noch natürlich probiert Plugins zum Laufen zu bringen. Das ging relativ schnell und sind einfach rund um die Uhr am Server machen gewesen. Und deshalb ging es halt jetzt recht lange noch. Aber dafür sind wir eigentlich jetzt wirklich zufrieden mit Modpack. Ich sehe das, das ist kunterbunt. Es ist einfach wahnsinnig, wie kunterbunt ein Minecraft aussehen kann, oder? Es ist halt einfach ein paar Mods, die verschiedene Steinarten hinzufügen, deshalb sieht es so bunt hier unten aus. Und wenn man jetzt nach oben schaut, ja, dann werdet ihr ein bisschen staunen. Ah, der Bird Generator ist... Hallo? Du musst mich nicht hier unten spawnen. Okay. Wann siehst du? Du musst mich oben spawnen, gell? So. Hä? Das ist sowieso der Spawn. Müssen wir sowieso nochmal hinfliegen. Komm, fliegen wir kurz hin. Das ist der Spawn mitten in einem dichten Wald. Ja. Sehr survival freundlich. Und hier vorne würde ich ja hin. Naja, das ist nur das Lager. Hier oben habe ich es gar noch nicht gemacht. Hier habe ich das Ding gemacht. Also hier haben wir ein Bialowieza-Forest. Und hier ein Jungle Edge. Jungle... Hier vorne ist Jungle Edge, glaube ich, irgendwo. Irgendwo ist es hier. Ja. Jungle Edge. Auf dieser Insel habe ich noch ein bisschen Bambus gesammelt. Aber hier ist Jungle. Das ist ein ganz normal Jungle. Mit Megaberg. Und das verheißt ja schon etwas. Also... Mayanuts. Okay. Mayanüsse. Hm. Einfach nur genial. Also es ist tausendmal motivierender geworden als ganz herkömmliche Modpacks. Weil wir es auch ein bisschen gemacht haben Richtung Rollenspiel. Es wird ja ein Rollenspiel selber. Also nicht unbedingt Pflicht. Aber es gibt ja auch die Free-Bild-Welt. Da dürft ihr frei bauen, was ihr wollt. Und frei spielen. Aber hauptsächlich ist es deswegen der Rollenspiel-Welt. Und da haben wir schon sehr gute Sachen geplant. Nämlich Factions. Also dass wir wirklich Fraktionen haben. Sollte aber nicht ausarten. Es ist klar, dass es manchmal Steil geben könnte. Weil ja, diese Fraktion ist hier. Und da möchte ich gerne ein Haus bauen oder so. Ja, da muss halt jemand ein bisschen... Ähm... Ja, müsste halt einfach ein bisschen aushalten, oder? Dass man manchmal nicht überall bauen dürft. Oder machen dürft, was ihr wollt. Also ein Barbaren... Ähm... Eine Barbarenhütte neben einer Römerstadt, oder so. Ist es nicht unbedingt das, was man gerade als Rollenspiel erachtet, oder? Also... Aber... Wir werden natürlich schauen, dass alle natürlich schon... Gerne... Ähm... So bauen können, wie sie wollen. Also wollen sie sich nicht sagen, ne, das dürft ihr nicht. Aber je nach Rollenspiel, oder? Es gibt Abstimmungen. Und die, ähm... Tun dann sozusagen... Ja, Abstimmungen. Ja. Dürfen die das überhaupt dort bauen, oder so? Und so weiter. Äh... Ah... Okay, ich bin ja... Hä? Ich hab mich im Gmo 3.1 gesetzt. Ja gut. Zu viel Ablenkung durchreden wieder. So. Ähm... Haus. 1. Und... Ja, und ich bin jetzt ein bisschen am Vortesten. Wir haben hier Tiere. Wir haben... Wasser... Ich soll... So realistische Wasserquellen, irgendwie. Wir haben Bienenstöcke. Oder Bienenwaben. Wir haben Früchte. Und Blumen. Ja, das sind auch Früchte, glaube ich. Drachenfrucht könnte das sein. Und ja, wir haben ganz viele Sachen. Also... Was haben wir denn neu? Wild Nature ist zum Beispiel ein neuer Mod. Der ist mega genial. Auch mit diesen Blöcken. Verschiedenen Blöcken. Großen Stone sogar. Dann haben wir... Äh... Viele Ärzte durch Underground-Bioms. Haha. Underground-Bioms viele Blöcke. Travelers Backpack haben wir drin. Glass Armor. Zum Beispiel könnte Necromancer werden. Und... Ja... Ein Schloss. In der Tournager. Cold Triad. Von Twilight Forest. Ja... Starttouren. Stadius-Mod. Bubbel. Ganz viele Sachen. Spartan Weaponry. Natürlich. Sehr wichtig für Rollenspiele. Spartan Shields. Ha. Slash Blade. Das ist ein Mod. Den hatte ich schon mehrmals in einem Mod pack drin. Muss ich einfach einnehmen. Und... Und... RBG Inventory. Brastig. Ganz viele Sachen. Roots. Random Things. Lands Maker Pack. Einfach unglaublich viele... Dekorationsmods. Rundspielmods. Und... Baumodz. So, wir haben fast kein Holz mehr. Dann fällt mir mal da ein paar. Und dann bei mir. Zuerst eine Axt herstellen. Und neben der Server hat Plattens. Der Server hat Mods. und viele Welten. Das ist ein guter V-Server und da gab es ja auch mit der Bezahlung ein bisschen Probleme, dass das einfach nicht angekommen ist. In Deutschland, wenn die Schweizer Linken sind, ist es ein Problem, ins Deutsche zu zahlen. In Europa und Amerika, das ist wunderbar, aber nach Deutschland geht es eh nicht so gut. Aber jetzt ging es endlich und können wir eigentlich beginnen. Dank dem V-Server, dass er gestern über das erste, ja da ist. Okay. Heute geht es wahrscheinlich noch nicht, aber morgen wird der Techniker dann Zeit haben, zum alles einstellen, hochladen. Dann nehme ich erst alles auf einem lokalen Server und das kann ich da noch nicht hochladen. So, wir haben 16 kleine Kiste, eine Doppelkiste. Gut. Noch einen Ofen haben wir gesagt, zwei Ofen gemacht. Was anpflanzen. Ja, die Sache ist, wir haben einfach immer zu viele Items, aber das können wir dann recht schnell mit einem Backpack verbessern. Dass wir endlich auch Platz haben. Dann nehmen wir auch mit Erde. Wir brauchen jetzt momentan nicht. Cashewnüsse. Noch mehr Eisen. Direkt mal ein bisschen Panzer. Nein, nicht dran. Ein Eimer. Gut. Und es wird Nacht. Ja, was machen wir jetzt in der Nacht? Noch mal meinen. Ich habe noch keine Schafe gesehen. Entschuldigung. Ah, hier ist die Mine. So, mal Kopfe mitnehmen. Jetzt haben wir noch nicht so viele Anfragen bekommen, natürlich, dass wir jetzt zuerst mal auf den Server, also das Let's Player, laufen lassen. Und, ähm, dann können wir eigentlich, äh, ja, dann auch noch mehr für den Server machen. Also, je mehr Spieler kommen, desto besser wird er natürlich auch auf den Server. Weil der Technik ist schnell. Er kann wirklich gut schnell neue Reaches einbringen. Neue Mods dürfte ich auch immer vorschlagen. Am besten auf dem Discord Server von mir. Okay. Es wird dann, es wird dann, es wird dann auch noch einen Server haben, wo nur für Draro ist, wo ihr dann auch wirklich reden könnt. Aber ihr könnt ingame auch reden. Also, wenn ihr jetzt eine Taste drückt, wenn ihr jetzt, wie ich, Q drückt, dann könnt ihr reden. Mit allen Spielen, in der Nähe, könnt ihr reden. So ein Voice Plugin, wie auch den, ähm, den, ähm, den, ähm, den GTA On, also GTA 5 Roleplay-Servern. das finde ich sehr cool. So wie mich das zur Motivation bringt, das ist riesig, weil ich bin ja sonst nicht ein Waze-Plugin-Nutzer. Das ist in Minecraft und in Iron-Spiel-Servern, das ist natürlich cool. Ich habe so auf öffentlichen MMORPGs und so sind Waze-Plugins immer so hinten. Ich habe die ganze Zeit herumgeschrien. Dann haben wir noch mal Tropenholz. Ein paar mehr Sticks machen, wackeln. Wenn wir Leder haben und Fäden, dann können wir den ersten Backpack machen. Aber jetzt mal noch nicht geizen, weil man kann sehr schnell Bäume fäden. Man muss noch nach oben kommen und ein paar Bäume so richtig schön fällen. Mit diesem Three-Capitation Mod oder ich weiss nicht genau wie der Mod heisst, aber das gleiche mit dem Holz, dem Umfallen vom Baumstamm und so. Genau. So, jetzt haben wir leider zu wenig Eisen. Manche Steine gehen echt schnell. Das ist gut. Die Erze von Andergan-Bioms sind sehr sehr. So, jetzt haben wir Level 10. Okay, jetzt können wir eigentlich schon skinnen. Machen wir doch das mal. Das Buch hier. Oh Gott. Spinnen wieder. Nicht nur. So, da sind meine Mitbewohner. Okay. Das war überraschend. Aber gut, haben wir eben die Manden. Jetzt kann ich noch mal kurz schauen. Ich möchte, denke ich mal, meine werden. Hm. Weil die anderen sind eigentlich auch gut. Ja, wir sind eh spezialisiert auf Geschenke. Brunch meaning is for cohorts. Ich probiere mal Spellung raus. So. Jetzt haben wir zwei Punkte in Smelting, einen Punkt in Cooking Speed. Hier haben wir nichts. Und hier haben wir. Stone Cutting. Okay. Wir haben gar nicht so viele Punkte. Eins, fünf Punkte. Fünf Punkte haben wir investiert. Ich glaube, jeder ist mit fünf Punkten. Vielleicht hat jeder eine schon am Anfang mehr Punkte. Aber Prospecting. Double Harvest. Okay. Level 2. Fertig. Jetzt müssen wir Level noch sammeln. Okay. Weiter runter. Zwölf. So, jetzt. Mal schauen, ob wir noch mal ein paar Diamanten finden. Wir haben nur zwei. Ja. Okay. Mal schauen, ob wir da schon ein Level haben, sozusagen. Weil wir schon höher-levelig sind. Nee. Wie bekommt man jetzt diese Levels? Hm. Keine Ahnung. Ja gut. Also. Da geht's jetzt wirklich nicht so gut im Level. Ich hab gedacht, ja, ich zeig das jetzt noch. Es gibt noch ein anderer Level-Mod. Ähm. Ja, vor allem eben dieses Class-System. Und äh. Was hat er noch gesagt? Irgendwas hat er noch allein getan. Äh. Ja, ich muss irgendwie Help eingeben. Kann's jetzt leider nicht sagen. Ähm. Auf die Schnelle. Wer hat's nicht geschrieben, hä? Hat's mir nur gesagt. Okay. Ja. Und wir verwenden jetzt nicht mehr Spigots, sondern Magma. Und das führt dann auch nicht mehr zu Abstürzen bei der Weltgenerierung und so. Und deshalb ist es natürlich viel besser. So, das Modpack wird jetzt einfach mal noch in der Prä-Version sein. Also noch nicht downloadbar sein. Aber es soll in einer oder zwei Tagen noch mal ein Video machen mit dem Modpack. Dann könnt ihr schon mal downloaden. Dasselbe wird dann wahrscheinlich auch online gehen. Mal schauen. So. Jetzt finden wir hier viele Ärzte. Aber gut, ich mache jetzt nicht so ein langes Video. Ich habe jetzt eigentlich alles gezeigt und deshalb denke ich mal, ja, machen wir ein andermal weiter. Es gibt eben Livestreams und es gibt ein Let's Play. Im Let's Play werde ich so ein bisschen die, ja sagen wir eher Chinesen zeigen. Also Charle-Line. Und im Livestream werde ich dann eher so Pre-Build machen. Oder auch Roller-Play. Aber nur Roller-Play, jetzt nicht unbedingt Farmen oder so. Genau. Und, ja, wünsche euch allen viel Spass. Und, ja, wir werden dann sehen. Geil der Stein. Wenn ihr einfach auch sieht, anders sieht, wenn ganz normal anders sieht, sieht schon cool aus. Kann man auch. Auch wenn ihr nicht so erklärtet. Ah, und eben diesen Basalt. Einfach schwarz. Das ist ziemlich schwarz. Heftig. Gut. Ich mache weiter. Ich tue weiter testen. Und, ja, dann viel Spass. Tschüss. Ich tue weiter. Vielen Dank.